so hier ist es jetzt richtig herrlich denn jetzt scheint die sonne schön und hier ist wieder so ein rauschender bach anscheinend diesmal richtig laut und ich bin jetzt auch richtig mein symbol ist wieder da jetzt gehe ich mal hier weiter gefällt mir sehr gut bin ich mal gespannt so langsam müsste der weg ja mal vorbei sein also wasser sehe ich jetzt hier keins aber es ist zu hören also gefällt mir hier richtig gut allerdings kommt es wahrscheinlich nicht ganz so auf der kamera rüber aber jetzt mit der sonne ist herrlich und da ich mal wieder sehr dick angezogen bin ist mir auch überhaupt nicht kalt hier ist jetzt ein richtig schöner breiter ebenerdiger weg und da ich hier irgendwie in ortsnähe bin denke ich mal es ist nicht mehr so weit nee also der bach ist leider nicht zu sehen oder kaum die die Untertitelung des ZDF, 2020